Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin erholt sich weiterhin etwas von seinem Tief bei 22.700 US-Dollar. Trotzdem haben wir das Schlimmste noch nicht wirklich überstanden momentan. Es ist weiter die Möglichkeit, dass wir nochmal einen größeren Dampf sehen. Wieso, weshalb, warum? Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder die neuesten, keine Ahnung, Trades oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Analyse rein. Momentan, wie gesagt, bei 23.600 US-Dollar, man sieht gerade, wir kriegen hier eine schöne grüne, impulsive Kerze momentan gerade rein. Wir haben es aber bisher nur zur Ineffizienz geschafft. Ich habe es heute früh im kleinen schriftlichen Update schon dazu geschrieben. Mittlerweile sind 50% der BTC Long geschlossen, die wir unten in diesem, im Golden Pocket eröffnet haben. Einfach aufgrund dessen, wir haben die Ineffizienz hier jetzt erst einmal gefüllt und das war eigentlich so der wichtigste Step. Wir haben jetzt über uns hier noch liegen diese kleine 1-Stunden-Supply-Zone. Das ist dieser Bereich hier, warte, ich zeige es nochmal ganz kurz ein, also hier ab 23.780 US-Dollar und die geht bis knapp 24.000 US-Dollar. Und das ist auch der Bereich, den wir übertreffen sollten, mindestens mit einem 4-Stunden-Close. Ein Daily-Close wäre natürlich nochmal deutlich, deutlich besser, dass wir, sage ich mal, das Gröbste überstanden haben. Weil momentan, und da haben wir auch die letzten Tage schon immer wieder drüber gesprochen, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir hier die erste Welle hatten, dann eben wieder diesen kleinen impulsiven Anstieg in das Golden Pocket, wo wir hier oben eben hatten, dann jetzt hier die zweite Welle erst nach unten hin haben und jetzt eben gerade nochmal so diese Gegenkorrektur nach oben hin und dann nochmal in den Bereich der 22.000 US-Dollar abverkaufen. Und das halte ich momentan immer noch so ein bisschen für das wahrscheinlichste, für das wahrscheinlichste Szenario, dass der Boden noch nicht ganz drinnen sein könnte. Trotzdem sind wir natürlich hier im Golden Pocket Long gegangen, weil einfach Fundamentales einfach komplett gepasst hat. Wir hatten unsere Bullish Divergence, wir hatten zwei Touchpoints da drunter, wir hatten ein tieferes Tief mit deutlich, deutlich weniger Volumen in dieser Area. Deshalb Long bleibt weiterhin offen, 50 Prozent, wie gesagt, sind zu. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie verhalten wir uns jetzt in den nächsten Stunden. Wichtig wäre auf jeden Fall schon mal, das Hoch hier bei der Ineffizienz zumindest kurzfristig rauszunehmen. Besser wären einfach hier die 24k. Wenn wir die 24k brechen und uns darüber halten können, sehe ich die ganze Sache deutlich, deutlich bullischer. Momentan kann es immer noch so eine Art, in Anführungszeichen, Fake-Out sein, auch weil wir jetzt hier möglicherweise sogar eine Bearish Divergence hier in den Chart reinkriegen mit einem höheren Hoch, aber tieferen Hochs im RSI. Also da mal ein bisschen ein Auge drauf werfen. Einen dritten Take-Profit, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, würde ich so in den Bereich der 24k sogar reinmachen, dass wir hier einfach 75 Prozent schließen und dann einfach mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben ja auch noch die andere Long-Position offen, die hier bei 21.700 US-Dollar eröffnet wurde. Also wir sind momentan sehr, sehr gut in die Long-Richtung abgesichert. Ich überlege nur, ob wir hier sogar noch irgendwo in der Nähe so einen kleinen Short aufmachen, der uns möglicherweise dann hier in die 22k-Region bringt. Denn hier, gehen wir mal ganz kurz nochmal auf den Daily-Time-Film, schauen uns das Ganze nochmal an, haben wir weiterhin den Abtrend liegen. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, wir hatten eben schon einen Touchpoint nach oben hin, wo wir rejected worden sind am Golden Pocket. Das Gleiche könnte jetzt eben hier auch wieder passieren und dann eben dieser letzte, wirklich letzte Abverkauf, bevor wir dann möglicherweise in Richtung 26.000 US-Dollar steigen. Das sehe ich auch weiterhin immer noch so ein bisschen als Primärszenario an. Diese 26, 27k sind für mich das erste Ziel, wenn wir jetzt das bullische Szenario weiterhin verfolgen, ist es das erste Ziel, erst einmal bevor dann wirklich nochmal eine Korrektur in die Region um 18.000, 19.000 US-Dollar folgt. Gut, das war es eigentlich schon zu Bitcoin. Es gibt eigentlich wenig zu sagen, müssen wir jetzt mal gucken, wie so der Tag schließt. Wir haben natürlich auch noch die Daily-Supply hier, die auch in dem 24k-Bereich liegt. Also ihr seht, mit 24.000 US-Dollar Daily-Close drüber, Bullish. Kriegen wir den da drunter, dann bin ich nicht Bullish. Und dann ist die Chance, dass wir Richtung 22k nochmal gehen, nicht gerade unwahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, blicken wir rüber zu Ethereum. Auch hier beginnen wir mal mit den kleineren Timeframes, ganz kurz, wie hier das Chartbild aussieht. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, Golden Pocket wurde auch hier gehittet, Long Position offen, 50%, sind jetzt einfach mal zu. Ich würde den dritten Take Profit schon mal vorwegnehmen und hier oben in der Region um 1.678 US-Dollar nehmen, einfach aufgrund der Supply, aufgrund des letzten Hochs, was wir hier oben haben. Aber man muss dazu sagen, Ethereum sieht ein bisschen bullischer aus. Wir kämpfen jetzt hier gerade schon um dieses letzte Hoch, bevor hier diese Abwärtsbewegung in Gang gesetzt wurde. Also wir sind hier ein bisschen Bitcoin voraus. Und das haben wir gestern Abend auch schon gesehen. Ethereum hat den Anfang mit dem Pump gemacht, während Bitcoin ein bisschen erst nachgezügelt hat. Deswegen alles hier noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, auch bei Bitcoin. Wir sehen, Volumen nimmt weiterhin ab. Also wir kriegen hier kein wirkliches signifikantes Kaufvolumen rein. Deswegen einfach noch mal ein bisschen hier abwarten, ob wir jetzt erstmal einen Stunden-Close über 1.657 US-Dollar kriegen. Kriegen wir das? Dann ist der Weg frei für die 1.678 und damit auch den dritten Take Profit für uns erst einmal. Trotzdem bleibe ich short eingestellt, kurzfristig dann erst nochmal mit so einer kleinen Gegenkorrektur, solange wir hier oben nicht über die 1.687 US-Dollar mit einem 4-Stunden-Close drüber kommen. Weil dann könnte im Endeffekt dieses Szenario eintreten. Wir gehen hier hoch, vielleicht nochmal minimal drüber, schließen aber drunter und kriegen dann nochmal zumindest eine Korrektur in dem Bereich der 1.614. Warum? Wir haben hier ein schönes Void hinterlassen. Und wenn wir uns jetzt mal das FIP-Level vielleicht sogar noch dazu ziehen, sollten wir hier oben die Rejection kriegen, seht ihr auch, okay, Golden Pocket würde dann auch in diesem Bereich zwischen 1.610 und 1.614 US-Dollar liegen. Wäre schon mal oder nochmal ein bullischer Retest, bevor wir dann endgültig hier nochmal die 1.800 US-Dollar-Marke antesten. Es bleibt auch hier das übergeordnete bullische Ziel, die 1.800 US-Dollar-Marke. Wir sollten trotzdem, wie am Montag, Montag immer mal so ein bisschen False Move, Monday auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, das alles noch nicht so wirklich auf die Goldwaage legen, was am Montag passiert. Wir wissen dann morgen deutlich, deutlich mehr Bescheid. Ich würde dann ganz kurz nochmal auf den DAX umschwenken, den ich immer noch nicht in die, ah doch, habe ich sogar hier, wo wir im Wochenausblick drüber gesprochen haben. Also der Trade läuft gerade noch. Wir haben ja hier bei 15.483 Punkten war der Entry. Und ihr seht, wir haben im Wochenausblick drüber gesprochen, die Erholung hat sehr, sehr schnell stattgefunden. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell schon nach oben ballern. Also ich hätte eher so gedacht mit ein, zwei Tagen. Wir haben heute hier 1,8% plus beim DAX gesehen. Wir sind jetzt hier am Golden Pocket, beziehungsweise zwischen Golden Pocket und 0,786er. Und wie ihr wisst, unser Stop-Loss liegt über 0,786er. Also momentan läuft es noch, meines Erachtens nach. Und früher oder später wird dieses Gap, was wir jetzt hier eben gebildet haben, und es ist kein kleines Gap, wir können es mal ganz kurz einzeichnen. Also dieser Bereich hier, huch, ne, so, jetzt aber. Dieser Bereich hier wird früher oder später gefüllt. Und deswegen bleibe ich jetzt erstmal so bei meiner Annahme. Golden Pocket, beziehungsweise 0,786er, irgendwo in diesem Bereich. Und dann die nächste Candle nach unten. Ich werde diesen Trade nicht schließen. Profite haben wir genommen. Also haben wir hier auch erst einmal kein Risiko vorzufinden. Das habe ich auch vorhin in der Telegram-Gruppe nochmal ganz kurz angeteasert. Wo haben wir es hier? Von Samstag, das war die Trade-Idee. Also gerne immer auch den Wochenausblick dazu schauen. Gut, dann kommen wir noch, beziehungsweise ein Ding noch von meiner Seite. BingX listet jetzt auch Stocks. Das heißt Tesla, Microsoft, Google, Apple, Amazon und sowas. Wird es zukünftig da zu traden oder gibt es, glaube ich, schon zu traden momentan? Ich habe mir überlegt, wenn ihr Bock da drauf habt, werde ich auf dem Zweitkanal, weil auf dem Hauptkanal YouTube pusht die Videos dann einfach nicht mehr, wenn ich zu viel da hochlade. Deswegen auf dem Zweitkanal, dass ich zukünftig nicht nur die Stream-Highlights, sondern auch mal irgendwie Tesla, also so diese Haupt-Trading-Dinger, die es jetzt momentan bei BingX eben zu traden gibt. Ob wir dafür auch mal ein paar Analysen machen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Schreibt es unter diesem Blog hier in der Telegram-Gruppe gerne rein. Würde ich mich freuen, wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das gerne. Und ja, ansonsten, wer noch nicht bei BingX ist, gerne unter meinen Link anmelden. Link unten auch in der Videobeschreibung. Gut, dann noch zu den News. Technische Probleme bei Solana nach mehr als 24 Stunden behoben. Mich wundert bei dem Ding irgendwie gar nichts mehr. Irgendjemand hat es in die Gruppe geschrieben. Vielleicht haben die sich beim Namen vertan. Vielleicht sollte es eigentlich Solala heißen. Achtung, der kommt flach. Also der ist richtig flach. Aber gut, ja, ich bin auch drauf. Also ich bin kein Solana-Fan. Ihr wisst, ich halte einen Solana in Ehren für Alex. Aber ansonsten bin ich kein Solana-Fan. Wenn euch der Artikel interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeischauen. Link ist auch in der Telegram-Gruppe. Und damit würde ich sagen, war es das für heutige Update-Video. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Ansonsten Telegram-Gruppe joinen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.